Hallo liebe Zuschauer, da sind wir jetzt wieder von der Mein Schiff 1. Wir haben gerade abgelegt und es ist wunderschön hier. Der erste Tag war schon mal super. Ich gehe hier gerade die Joggingbahn entlang, um euch zu zeigen, wie schön das aussieht von hier. Es ist alles wunderschön. Wir sind hier gerade in der hohen Luftbar. Wir sind gerade auf Deck 16 und der Check-In hat heute super geklappt. Wir sind nie in Kontakt gekommen. Okay, absolut sehr gut bewertet von uns. Der Check-In ist also von uns gecheckt. Ich hoffe, ihr werdet ja auch eure Kreuzfahrt nehmen, auch in Corona-Zeiten. Hier ist es super schön und wir haben gerade einen wunderschönen Start unseres Urlaubs. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und tschüss.